Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag, der 6. Juli 2021. Ihr hört eine neue Folge der Diffuse News. Ich bin Torben und an meiner Seite ist die Pia. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich dir. Heute geht es um ein Überraschungskonzert von Young Hohen und Paschanim in Wien, um einen neuen Song von Drangsal, das New Fall Festival und die erste Dirigentin bei dem Bayreuther Festspielen. Let's go! Am Freitag fand in Wien ein Überraschungskonzert von Young Hohen statt und das war aus mehreren Gründen eine sehr besondere Sache. Nicht nur wurde der Gig erst wenige Stunden vor Beginn angekündigt, es gab mit Paschanim auch einen Special Guest. Doch dazu erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Erstmal will ich ein bisschen was zu den Hintergründen des Konzertes erklären. Der Young Hohen Gig fand auf dem Wiener Karlsplatz statt und bildete den Abschluss einer knapp zweiwöchigen Volkshilfe-Tour zur Abschaffung von Kinderarmut in Österreich. Die Volkshilfe ist so eine gemeinnützige österreichische Wohlfahrtsorganisation, die soziale und karitative Projekte unterstützt. Zur Young Hohen Show kamen dann knapp 10.000 Menschen. Eine recht abenteuerliche Situation, wenn man bedenkt, was noch vor einem Monat am Wiener Karlsplatz los war. Vor vier Wochen kam es dort nämlich zu Ausschreitungen, als sich Jugendliche auf illegalen Raves trafen. Als die Polizei diese Partys dann auflösen wollte, gab es Randale und es wurde zum Beispiel auch Pfefferspray gegen Jugendliche eingesetzt. In der Folge gab es auf jeden Fall eine Menge Diskussionen in Österreich. Beim Young Hohen Konzert gab es jetzt aber keine Zwischenfälle. Es wurde gefeiert und das sogar ganz ohne Abstand und Masken. Ob man das wiederum so gut heißen möchte, sei jetzt mal dahingestellt. Aber seit dem 1. Juli ist beides im Freien in Österreich nämlich nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben. Zum Abschluss des Konzertes sangen dann alle übrigens noch den Young Hohen-Track Fick die Polizei. Mehr muss man da glaube ich nicht so sagen, wie Young Hohen und die Fans das Verhalten von der Polizei in Wien vor vier Wochen fanden. Jetzt aber zum Pasha in dem Auftritt. Young Hohen hatte seinen Special Guest schon mit einem kryptischen Foto auf Social Media angeteast. Und als Pasha dann auf die Bühne kam, war natürlich die Hölle los. In Begleitung seines Kumpels RB spielte er dann direkt den Hit Shabab Spocken und erklärte dann, ich bin so froh hier zu sein, das ist mein erstes Konzert in meinem ganzen Leben. Er hat dann auch noch Airwaves und seinen jüngsten Song Sommergewitter zum Besten gegeben auf Videos im Netz. Wenn man sich das mal anschaut, wird dann auch klar, das Publikum hat es auf jeden Fall geliebt. Und auch Pasha in ihm war sehr, sehr froh, hat mit RB die ganze Zeit getanzt und gefeiert. Das war herrlich mit anzusehen. Es bleibt jetzt, finde ich, nur noch zu hoffen, dass der Berliner schon bald mehr Shows spielen kann. Ich will nämlich auch unbedingt wissen, wie er halt in seiner Heimat mal performt, weil wenn in Wien schon so viel los ist, dann will ich gar nicht erst wissen, was so in Kreuzberg los sein wird, wenn Pasha in ihm mal hier spielen wird. Deswegen alles in allem eine schöne Geschichte. Auch wenn ich dieses ohne Abstand Konzerte besuchen und feiern und Moshpitz irgendwie noch nicht ganz gut heißen kann, in Anbetracht der Delta-Variante, die um sich schlägt. Absolut. Aber mit einem etwas sicheren Konzept als in Wien geht es beim New Fall Festival tatsächlich in diesem Herbst weiter. Es gibt nämlich gute Neuigkeiten, denn das Festival ist zurück. Im letzten Jahr musste die geplante Jubiläumsausgabe des Festivals ja aufgrund der Pandemie weichen und wurde tatsächlich direkt vom Herbst 2020 in den Herbst 2022 verschoben. Aber um trotzdem einen Sommer voller Musik und Kultur in Düsseldorf feiern zu können, hat sich das Festival jetzt für dieses Jahr auch was Spannendes überlegt. Und zwar wird es eine sogenannte Sommeredition geben. Diese fand im letzten Jahr ja schon einmal als eine Art Ausweichmöglichkeit statt und wurde so gut angenommen, dass es die Sommeredition jetzt einfach in der zweiten Runde gibt. Konkret bedeutet das, dass ihr euch im Juli und im August auf Konzerte unter freiem Himmel im Ehrenhof des NRW-Forums in Düsseldorf freuen könnt. Mit dabei sind unter anderem Ali Neumann, Faber, Tokotronic, Provinz, Alice Fibelou, Sophie Hunger und ganz, ganz viele weitere spannende Acts aus Pop, Rock und Indie. Die Tickets könnt ihr bereits erwerben. Also wenn ihr dahin möchtet, haltet euch auf jeden Fall ran. Aber vielleicht nochmal zum Thema Corona-Regelungen. Die Sommeredition findet natürlich unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen statt und die Konzerte sind entsprechend des Mindestabstands bestuhlt. Außerdem ist an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass sich im sogenannten Zukunftswald auf dem New Fall Festival in diesem Jahr lokale Vereine präsentieren, die sich für die Erreichung der 17 Ziele einsetzen. Und für diejenigen, die nicht wissen, was es mit den 17 Zielen auf sich hat, mit den 17 Zielen für eine nachhaltige Zukunft haben die Vereinigten Nationen die Weichen für die Zukunft unserer Welt gestellt. Das heißt, das sind Ziele für eine gesunde Ernährung oder ein Leben frei von Armut, die das alles sicherstellen sollen. Insgesamt haben sich 139 Länder auf den Zukunftsvertrag verständigt und bis 2030 sollen diese Ziele einfach umgesetzt werden. Und dabei sollen unter anderem die Regierungen, aber auch Unternehmen und Organisationen mithelfen. Und das New Fall Festival will eben auch dabei mithelfen. Und als Beispiel vielleicht noch kurz, was unter diesen 17 Zielen verstanden wird, da gehören unter anderem Themen dazu wie keine Armut, kein Hunger, eine hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit oder bezahlbare und saubere Energie. In Sachen Nachhaltigkeit gibt es beim New Fall Festival jetzt eben Erneuerungen. Und zwar wird es in diesem Jahr nur Merch von den Künstlerinnen geben. Das Festival selbst wird eine Siebdruckmaschine vor Ort haben. Mit der sich die Besucherinnen das Design des Festivals auf ein bestehendes Shirt drücken lassen. Und damit sollen eben Ressourcen gespart werden. Außerdem ist an der Stelle auch zu erwähnen, Speisen und Getränke wird es nur aus der Region geben. Also ein richtig gutes Konzept, was sich das New Fall Festival da ausgedacht hat und hier verfolgt. Eben mit der Orientierung an den 17 Zielen. Und vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für etwas größere Festivals. Einer, der bei dem New Fall Festival auch dabei ist, ist der gute Drangsal. Und der sorgte gestern, Torben, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, für eine kleine Überraschung und hat nämlich sich dazu entschieden, seine neue Single Lidrian ganz spontan zu veröffentlichen. Premiere feierte der Song nämlich am Sonntag um 18 Uhr in der Radioshow der Antilopen Gang. Bei Fritz, seit dem Wechsel von Sonntag auf Montag, ist die Single jetzt aber auch offiziell auf allen Streamingdiensten zu hören. Und sie beweist mal wieder, wie facettenreich Drangsal ist. Nach Urlaub von mir und dem aussagekräftigen Track »Mädchen sind die schönsten Jungs« folgt mit Lidrian nun eine explosiverere Nummer, zu der bei Live-Konzerten auch gerne mal gepokt werden darf. Und die an bisherige Songs wie zum Beispiel »Jedem das meine« von dem Album »Zoris« ein bisschen erinnert. Für alle, die sich aber auch, wie ich, gedacht haben, was bedeutet denn »Lidrian« jetzt eigentlich? Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt. Und der Begriff steht quasi als Synonym für »Pflichtvergessene«, »Trunkenwoll«, »Taugenichts« oder »Tunichgut«. Also mal wieder ein Wort, das irgendwie sehr gut in diesen Drangsal-Kosmos hineinpasst. Ich denke, der Song sollte vor allen Dingen allen Fans von »Zoris« sehr, sehr gut gefallen. Und ja, hört den auf jeden Fall mal. Ich finde den sehr gut. Zu guter Letzt habe ich noch eine News aus der Klassik-Welt dabei. Jetzt nicht abschalten, dranbleiben. Es ist nämlich recht spannend, denn mit Oksana Liniv wird in diesem Jahr erstmals eine Frau bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth dirigieren. Man darf getrost festhalten, dass das ein ganz schönes Armutszeugnis ist. Denn die Richard-Wagner-Festspiele gibt es schon seit 145 Jahren. Und dieses Jahr ist das erste Mal eine Dirigentin dabei. Ich finde, das hätte schon viel früher passieren können und müssen. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Entwicklung, denn auch schon der Spiegel schrieb vor ein paar Tagen, die Bayreuther-Festspiele galten jahrelang als eine der letzten Bastionen des Konservatismus im Land. Die Festspiele stehen ja auch schon lange in der Kritik. Nicht nur war Richard Wagner ein glühender Antisemit. Dazu gibt es übrigens einen sehr guten Artikel von Deutschlandfunk, den verlinke ich mal in den Shownotes. 2019 butet das Publikum auch die schwarze Dragqueen Le Gâteau Chocolat aus. Und ja, es ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun in Bayreuth. Und ob das überhaupt alles verändert werden kann, ist fraglich. Das zeigt sich nämlich auch hieran. Auf die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis in Bayreuth auch eine Frau dirigieren darf, hat nämlich die Festivalchefin Katharina Wagner, sie ist die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa gesagt, weil es offenkundig nicht genug Dirigentinnen gab. Das ist, finde ich, natürlich eine faule Ausrede, wie wir sie auf den Pop- und Rockfestivals der letzten Jahre auch schon immer hören konnten, als da irgendwie nur drei Frauen auf dem Line-Up zu sehen waren. Ja, aber die Gleichberechtigung schlägt nicht nur in der Pop-, Hip-Hop- und Rockweltwellen, sondern scheinbar jetzt auch endlich in der Klassikwelt. Das war es an der Stelle mit den Diffuse-News heute am Dienstag mal wieder. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Folgt uns natürlich auch auf sämtlich anderen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Wir sind überall für euch am Start. Und ansonsten bleibt es nur noch, euch eine wundervolle Woche zu wünschen. Bis dann.